Sehr nett. Ich hatte gerade keinen Mafia-Boss zur Hand. Und? Sergeant? Oh, ab sofort Lieutenant. Sie haben da was in Gang gebracht. Korrupte Cops, die Angst haben, Hoffnung in den Straßen. Und doch? Die Narrows sind nicht zu retten. Und wir konnten bisher weder Crane noch die Hälfte der Arkham-Insassen wieder einfangen. Das werden wir. Wir können Gotham wieder aufbauen. Und was ist, wenn es schlimmer wird? Wenn es schlimmer wird? Wenn wir halbautomatische Waffen benutzen, benutzen sie bald vollautomatische. Wenn wir kugelsichere Westen benutzen, benutzen sie panzerbrechende Munition. Und? Und sie tragen eine Maske und springen von Wolkenkratzern. Wie finden sie den hier? Bewaffneter Raubüberfall. Doppelmord. Hat einen Rang zur Theatralik, genau wie sie. Und hinterlässt eine Visitenkarte. Ich gehe der Sache nach. Ich habe mich nie bedankt. Und das müssen sie auch nie. Ich habe mich nicht gehe. Untertitelung des ZDF, 2020